ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ich habe hier einen Tentakel für dich Jawoll, jetzt legt der hier noch so rum, hammergeil Aua Schreib ich den hier noch so Boah, der dauert aber ewig Jetzt aber Nein Aua Komm Mal der wieder Okay, ich habe es Ich schieße drauf mit meinem Freeze Ey, ich treffe den auch manchmal nicht, ne? Bleib still Na los, und jetzt? Jawoll Ja, da fliegt er, ja, nice Oh, Leben Bam, ey Yay Jawoll Ah, jetzt geht es mal weiter zur Mission, ey Oh, das war gerade Das war gerade nicht ohne Das war aber nice Nice Ach, ey, cool, ich bin aufgestiegen Da, 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 da Da kann man Tattoos machen Oh Ich glaube, ich mache mir mal schnell ein Tattoo Hier an dem Hier gleich Ist auf die Brust irgendwas So ein Yakuza Tattoo wäre geil Ah ne, hier ist das Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ja Wo geht es denn hier rein? Hä? Bist du drin? Ja Du musst die Tür befinden Ach, hier Achso Boah, da sieht man nochmal seinen hotten Körper einfach nur Auf jeden Fall Oberkörper, äh Ganze Rücken Was gibt es denn hier? Oh mein Gott Alt, ne Ne Tribal Ne Ne Ey, was ist das für ein Scheißladen, ey Der hat ja nix Ne, 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 ne Was gibt es denn auf der ganzen Brust? Oh yeah Ninja Ninja Ah, auf der ganzen Brust gibt es schon mal mehr Spinnennetz Bruderschaft Ich will ja echt so, so Runen-Zeugs Sieht eigentlich ganz cool aus, aber Runen? Ja, halt so So Zeugs halt Fröhlicher Regenbogen Kann man die eigentlich wieder weg machen, oder sind die für immer? Ich schätze mal, die können wir wieder weg machen Es gibt doch diesen plastischen Chirurgen oder so, wenn du mal auf die Karte schaust Der wird mir die Haut da rausschneiden und das dann wieder machen, hoffe ich Kannst du, denke ich, alles machen Ein Elefant Irgendwie finde ich das alles nicht so geil irgendwie Ist irgendwie Ist das ein ziemlicher Doch, das hier ist doch geil hier Glücksdrache Wird gekauft Gut Okay Gibt es sowas auch für den Rücken? Irgendwie so ein Draco Ah, das ist ziemlich hässlich Okay Oh Gott, das ist cool Gibt es mal so, rechter Oberarm Ah ne, komm, das dauert I love your mom Was zum Teufel I love mom Oh Gott Wenn nicht Massenproduktion, geil Ja okay Ich... bin mal fertig Das sieht jetzt sicher voll edel Warte Oh yeah Oh yeah Top Alter, irgendwie Was? Was? Entweder Das spielt gerade bei mir oder Haha Moment, jetzt speichert es irgendwas Ja Äh Ich komm hier nicht mehr raus Was? Ich bin im scheiß... Ich bin im scheiß Tattoo Menü Warte, wenn ich jetzt die Mission starte Bist du vielleicht wieder drin Ich bin da ja eh gleich da Wo ist denn das? Hä? Ne Was? Ne, da hinten ist doch die Mission, oder? Verwirrung Ah ne, warte, ich bin gleich da Das ist der Turm hier Da müsste ja eine Zwischensequenz kommen Die würde dich dann, denke ich mal Hey, das ist ein geiler Laden Moment Alter, ich bin hier stuck in irgendein Menü und du gehst dann immer wieder hin Ne, ne, ne Klettere zur Spitze des Turms Ähm Dann geh halt nochmal kurz raus und join mir einfach wieder Ja, wie soll ich denn rausgehen? Ja, mit Escape halt Oder halt mit Es geht nicht Nichts Nichts Dann geht nochmal mit dem Taskmanager ganz raus Ja, das wäre aber scheiße, weil ich Obwohl, hat doch gerade automatisch gespeichert, oder? Also bei mir hat er gespeichert Ja, bei mir auch Warte, ich speichere auch nochmal Ähm, neuer Spielstand Wie ich jetzt mehr Prozente habe, wo ich eigentlich Egal Ja, oder wir beenden hier einfach die Session und äh Haben jetzt eh schon länger gemacht, als ihr wollt Ja Ja, machen wir jetzt hier Ende Also wir sehen uns dann morgen oder so in der nächsten Folge Ciao Ciao Das war's wieder mit der eiligen Dosis Centro 4 Wenn dir das ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über einen grünen Daumen freuen Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, drück einfach auf das linke Kästchen und abonniere mich dadurch Außerdem kommst du über den Facebook-Link natürlich zur ultra-offiziellen Facebook-Seite von Vasco LP Dort werden im Normalfall alle LPs gepostet Wenn du jetzt schauen willst, ob schon eine neue Folge rausgekommen ist, dann einfach auf das rechte Kästchen drücken Ich freue mich auf dich